So, also wir werden jetzt mit dem Golfcar in Lovina City gefahren und der ist kostenlos. Nun ja, ich zeige euch ein bisschen von der Fahrt. Okay, da waren Huhn auf der Strasse. Sollen wir rein hier auf der Strasse? Wo sie nicht nur anscheinend machen, als ob sie weg gehen. Also ich hoffe, man versteht mich hier, weil hier ist die Hauptstraße und es ist relativ laut. Ja, also das ist das erste Mal, wo wir rausgehen hier. Wir waren ehrlich gesagt hier noch nicht raus. Die letzten zwei Mal sind wir nur hier gewesen mit Spannen und waren froh, dass wir nichts machen müssen. Ja, und dieses Mal schauen wir mal raus. Mal schauen, wohin es geht. Das ist so warm. Aber ich weiß nicht, ich hole mal an, ob wir noch denken müssen. Das ist gar nicht so warm, oder? Warum? Das ist ein Delfin-Shutteau, das ist ein Delfin-Shutteau. Danke, danke. Das ist ein Delfin-Shutteau und ich habe mein Handy nicht dabei. So, hier sieht man genau wie die Ebbe ist, also mit Baden ist hier nicht mehr viel. Eigentlich steht das Wasser bis da ganz hoch, aber ist nicht mehr viel zu sehen. Ja, aber schön sieht es aus. Aber es ist halt extrem, wie viel Ebbe das da ist. Weil, wie gesagt, normalerweise das Wasser bis hier vor, hier, sieht man eh ganz gut. Und ja, jetzt ist das Wasser irgendwo da hinten. Also es ist schon krass eigentlich. Und der Strand ist ganz schwarz, weil das Vulkanstrand ist. Das ist Vulkan dann. Ja, und hier in Lovina gibt es auch, ja, also das muss man sagen, hier in Lovina, da ist es noch extrem ruhig. Also überhaupt noch nicht so touristisch. Da ist halt echt noch sehr, sehr viele Einheimische. Eigentlich sehr wenig Tourismus, das sieht man hier eh. Weil es ist echt nichts los eigentlich, nichts. Ja, es ist halt total schön eigentlich. Ja, also es gibt auch in Lovina kleine Shops. Zwar nicht viel, aber es gibt welche. Und, also, wie man hier sieht, sind ja hier extrem viele Roller. Weil einfach gefühlt jeder Roller fährt. Die fahren nichts anderes wie Roller. Und einfach viel besser durch den Straßenverkehr kommt. Hier wie mit dem Auto, weil hier extrem hohe Verkehrsdichte ist. Ja. Also, auf jeden Fall ein riesen, riesen, riesen fetter Plus. Für Lovina, die Verkäufer sind nicht aufdringlich. Also, wenn man sagt, nein, dann sagen sie, okay, passt, noch einen schönen Tag. Und das war's. Ja, also wir haben es gut schon erlebt, dass wir uns wirklich in den Laden reingezogen haben. Beziehungsweise in den Laden nicht rausgelassen haben, wenn wir nichts gekauft haben. Und hier sind sie wirklich total frei. Die sagen, ja, gar kein Problem. Noch einen schönen Urlaub. Und das war's. Wirklich total toll. So. Also. Unsere Ausbeite ist bis jetzt in drei Shorts. Zwei Mal ein Magnet. Ein Bali T-Shirt. Die ich immer kaufe, wenn ich in Bali bin. Ähm. Zwei Geschnacher. Ja. Ja. Was haben wir noch gekauft? Ah ja. Unsere Holzdelfine. Die werden, glaube ich, aus Bambusholz gemacht. Ist das richtig, oder? Ja. Nein, nicht Bambus. Es ist kein Bambus. Ne, nicht Bambus. Keine Ahnung, was es ist. Halt einfach weißes Holz. Es ist betant gemacht. Und. Ja. 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 Sie sind immer noch freundlich. Wir sind jetzt weitergelaufen. Und wenn man Nein sagt, ich immer noch Nein. Lässt sie auch mit verhandeln. Ja. Super. Es gibt hier auch total schöne Restaurants. Und überall sind Tiroler. Das ist ein bisschen nervig, aber so. Schaut mal ein. Und Bananasplit für 20.000. Also das sind eins. Also 17.000, nicht 1 Euro. Und du kostest einfach mal 20. Du kostest im Burger nur 35.000. Echt jetzt? Mhm. Eine Pizza. 35.000. Also nicht mal 2 Euro. Ja. Ich finde, das Mietkaufen ist ja weniger. Schicken Mushrooms. Mietkaufen ist ja weniger. 40.000. 40.000. Spaghetti Bolognese für 30.000. Und ein Meeresfrüchte Salat für 35.000. Also nicht mal 2 Euro. Ja. Und für das, dass man hier eigentlich direkt am Meer ist. Und es echt ein schönes Restaurant ist, ist das nichts. Also wir zahlen im Hotel schon wenig. Wir zahlen im Hotel für eine Pizza 4 Euro. Und wir zahlen im Hotel für 90,2 Euro. Und das ist schon krass günstig. Also da können wir auf jeden Fall einmal herrschen gehen. Da können wir auf jeden Fall einmal herrschen gehen. Ja. Ja. Ne, das sind extra. Hallo. 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 Happy Hour. Danke. Sie sind alle Happy Hour. Hier werden sie wahrscheinlich Happy Hour haben. Ja. Also da kostet eine Pizza auf 35.000. Ja. Also es ist auch hier total günstig. Ein Cocktail kostet 50.000. Also ein Sex on the Beach kostet 65.000. Ja. Also es ist auch ganz okay. Da ist das Lawinerschild. Ja. Ja. Wir laufen jetzt da vorne und hören wir immer noch, oder? Ja und den zurücklaufen, oder? Ja, wir haben noch Zeit. Der zurück müssen wir sowieso. Da ist auch ein Restaurant, wo echt schön ausschaut eigentlich. Ja. Da ist ein Tempel. Machen wir mal ein Foto von dem. Schätzlein. Ein Tempel. Und da oben, sieht man das? Da sind Hakenkreuze drauf. Wir wissen nicht, was das für eine Bedeutung hat hier in Bali. Aber das sieht man vor jedem Tempel. Da sieht man so Hakenkreuze. Da sieht man so Hakenkreuze. Also keine Ahnung, was das für eine Bedeutung hat. Das müssen wir echt mal anschauen. Aber das ist eigentlich echt krass, weil bei uns ist das so ein totales Tabuthema und es ist voll verboten und so. Und hier ist es einfach an jedem Tempel eigentlich. Und die Tempel sind nicht wenig. Also das ist wie gesagt so ein Tempel. Da drinnen finden die Zeremonien statt. Und hier sieht man auch die Warn über ein Foto machen. Und hier sieht man auch überall so kleine Opfergaben. Die stellen die drei bis vier Mal am Tag auf, je nachdem wo sie sind. Hier oben sieht man auch ganz viele Opfergaben. Und ja, hier oben sieht man wie gesagt der Tempel und eben die Hakenkreuze. Die müssen uns da mal informieren, was das für eine Bedeutung hat hier in Bali. Weil das haben wir uns letztes Mal schon gedacht, aber sind nicht auf die Idee gekommen, mal zu googeln, wieso sie so Hakenkreuze haben. Und unser Guide, der die Tagestour mit uns macht, der konnte uns das auch nicht sagen. Der meinte einfach, es ist ein heiliges Zeichen bei ihnen. Aber wenn man aus Deutschland oder Umgebung kommt und weiß, was das Hakenkreuz eigentlich bedeutet, ist halt irgendwie schon so ein bisschen makaberer Beigeschmack, sagen wir es mal so. Ja, aber wir schauen auf jeden Fall mal, was das heißt oder was das Bezeichnen ist. Und hier sieht man jetzt eben, dass die Ebbe ist. Also ein Tsunami darf nicht kommen, weil ich glaube, da sterben Wale. Weil eigentlich, also in Kuta sagen wir immer ja, weil hier in Lombok ist jetzt zur Zeit sehr viel, also wir sind jetzt in Bali und auf der Nachtbinsel, also in Lombok, sind ja extrem viele Erzbeben in letzter Zeit gewesen, weil hier der Vulkan aktiv ist. Und da ist halt öfter mal eine Tsunami-Warnung gewesen. Und mit Kuta haben wir immer gesagt, ja, wir werden es dann schon merken, wenn sich das Meer zurückzieht. Aber hier zieht es sich halt einfach jeden Tag zurück, weil es einfach normal ist hier. Weil es halt hier, wie gesagt, Ebbe im Flut gibt. Also hier kannst du dich nach dem eigentlich gar nicht wirklich orientieren, wenn man es genau nimmt. Ja. Hier sieht man, wie gesagt, bis hier hoch geht eigentlich das Wasser. Eigentlich sogar noch höher, weil da oben ist sie eigentlich angemacht. Hier. Und der Holzstamm wurde vom Wasser eingeschwemmt, also ja. Und die Boote sind hier oben auch erst eingemacht. Da oben. Genau. Und das sind auch die Boote, mit denen man morgens rausfährt, zum die Delfine beobachten. Ja, die sind schon ein bisschen breiter. Ab dir. Ja, okay, ein bisschen breiter wie die sind sie, aber auch nicht viel breiter. Ja. Was auch ganz witzig war, letztes Mal, letztes Jahr im April, wo Mario und ich in Bali waren und ihr auch in dem gleichen Hotel waren, da, wie gesagt, wir haben es noch nie wirklich mitbekommen, die Ebbe im Flut. Noch nie so extrem. Also es hat sich schon zurückgezogen, aber es waren vielleicht 5 Meter und jetzt sind es wirklich, können es bis zu 20 oder mehr Meter sein. Und, ähm, da waren mitten in der Nacht, es war 3 Uhr nachts, ist plötzlich ein Alarm losgegangen, der Mario aus dem Schlaf geweckt hat. Ähm, mich nicht. Ähm, wo eigentlich das Signal hat von der Tsunami-Warnung. Weil das wissen wir, was es bis in dem Hotel gibt. Und, ja, es ist total krass eigentlich, weil es gibt ja auch ein Haifrühwarnsystem. Das heißt, wenn große, also ich weiß nicht, was groß ist bei denen, ähm, aber es gibt auch irgendwie große Haie. Und wenn die zu groß sind und zu nah am Strand kommen, dann, ja, gibt es eine, ja, dann warnst du dich vor und das war eben das. Und jetzt wissen wir auch, dass das Tsunami-Warnsystem hier echt hilfreich stellt. Wie gesagt, an mehr kann man sich nicht orientieren. Gell? So ist das, ja. Hier war es das Lawinenschild. Hier geht die Treppe runter, keine Ahnung wohin. Und nicht mal hier unten sieht man groß Müll von Plastik. Weil es heißt ja immer, Bali sei sie dreckig und so viel Plastik im Müll. Und das ist eigentlich alles, was hier drin ist. So, Nicole hat sich jetzt ein Heizhahn gekauft. Ähm, ja. Ähm, ich hab der Warni ein bisschen geholfen. Ähm, ja, ein bisschen gedealt, ein bisschen verhandelt, dass wir auf den Preis gekriegt haben, wo wir wollten. Ähm, wie der Mario gerade zu Nicole gesagt hat, mit Frauen verhandeln sie nicht so gern wie mit Männern. Weil... Ja, sie waren lieber mit Frauen. Eben. Weil sie halt da... Ja, aber da müssen sie halt... Da geben sie nicht so schnell nach, sagen wir es so. Ähm, bei Männern geben sie viel schneller nach, wie bei Frauen. Weil, ich glaub, der Gedanke von denen ist, ja, die Frau will das, weil sonst wird sie nicht fragen. Und die zahlt doch bestimmt ein bisschen mehr. Und deswegen geben die nicht so schnell nach. Und... Ja. Aber deswegen haben wir uns den Zahn heiß erkämpft. Wo hast du den Zahn? Hast du den Zahn? Ja, zeigen wir nachher. Wir zeigen nachher eh alles. Wir zeigen nachher eh alles. Das ist ganz cool. Da gibt's überall Bullis und Käfer. Ist es überhaupt einer? Schon, oder? Von vorne. Doch, aber von vorne schaut er so aus. Also, es gibt sogar Bullis und richtig viele Käfer hier. Ja, das ist einer ganz nah, Alter. Aber innen schaut er echt noch schön aus. Und hier ist, wie gesagt, die Delfinstatue nochmal. Wie spät haben wir denn? Danke. Danke. Also, sie lassen echt locker, wenn man sagt, nö. Ne. Also, wir kennen das so von Kuta. Dass sie dich nicht mehr aus dem Laden rauslassen. Dass sie dich nicht mehr aus dem Laden rauslassen, wenn du das nicht kaufst. Oder, dass sie einfach total unfreundlich und schon fast aggressiv werden. Und das erleben wir hier gar nicht, wenn wir sagen, nee, dann ist es nein. Und die akzeptieren das auch. Hier sieht man jetzt nochmal so Opfergaben. Also, da ist oft Reis drin, dann sind Soßen drin, wo einfach für Essen steht. Genau, dass halt immer genug Essen haben. Hier steht, sieht man, dass Kuhn drin ist. Und hinten ist auch nochmal so eine Erdnussfuttercreme. Und das machen die alle selber. Ja, das ist auch ganz schön. Okay, das ist das letzte Restaurant, also auf der Seite gibt es nichts mehr. Aber es ist total schön. Und ich glaube, wir haben gute Chancen, dass Nicole uns ab 2019 wieder nach Bali begleiten wird. Weil, egal wo wir sind, sie sagt immer, ja, Bali ist schon schön. Ja, ist schon schön. Wo wir vom Flughafen nach oben gefahren sind, da meint sie so, ja, ist schon schön. Halt ein bisschen dreckig. Weil man halt durch die größten Slums gefahren ist. Also wir sind direkt durch die kleinsten Örtchen gefahren und da ist natürlich nichts. Und die haben natürlich auch nicht so ein gutes Müllsystem wie wir. Und dann waren wir im Hotel und sagt sie, ja, Bali ist schon schön. Wo wir in der Stadt waren, meint sie dann auch, ja, Bali ist schon schön. Also wir haben gute Chancen. Hier sieht man jetzt noch nur die Hakenkreuzer. Sieht man sie ganz genau. Ja. Und hier oben sind auch wieder die Opfergaben. Also echt total toll. Was wir auch so schön finden, ist, dass überall so viele Blumen blühen und es ist echt schön. Hier gibt es überall so Trinkstände, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt kaufen. Was ich will so. So. Wir haben jetzt auch noch was Einheimisches gekauft. Das sind so Schokodinger mit Schokodip. Keine Ahnung, ob das schmeckt. Wir werden es sehen. Hier haben wir noch mehr gekauft, aber das zeige ich euch nachher. Ich probiere es jetzt erstmal und dann sage ich euch, wie es geschmeckt hat. So. Also. So schaut es aus. Und dann. Die erinnern mich an die Nutella-Dinger. Die Nutella, die Nutella-Six. Oh, das ist so Zeug schweine teuer. Ja. Schmeckt gut. Schmeckt wie eine ganz, ganz süße Nutella. Eine sehr, sehr süße Nutella. Und dann. Haben wir noch sowas gekauft. Ich nehme mal an, das ist so die ganz normale Zuckerwarte, wo Kaugummi wird, wo es bei uns auch gibt. Mal gucken. Wie viel haben jetzt für den ganzen Einkauf gezahlt? 42.000. Die schauen aus wie Mikado. Mal gucken, ob sie auch so schmecken. Also wir haben jetzt 42.000 für den ganzen Einkauf gezahlt. Dann hier normale Mini-Oreos. Die habe ich bei uns noch nie gesehen. Und ganz normal die Pringles. Genau. Und eine Cola. Also für 42.000. Für 42.000. Ähm. Rupiah haben wir das gekauft. Und das sind, ja. Was sind das? Ungefähr. Hm? 3 Euro. Also 3 Euro oder sowas. Also geht echt. Ja. Und dann. Haben wir noch so ein Holz-Delfin gekauft. Wie viel haben wir für den gezahlt? 60.000. Also für den haben wir 60.000 gezahlt. 50.000. Genau. Dann haben wir noch 2. 2. 2. Magnete gekauft. Also ein Flip-Flop. Und so ein Magnet, wo draufsteht Eilofs Bali. Das ist ein Varum. 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 Das ist auch wieder richtig zack. Genau. Und dann. Habe ich noch. Meine T-Shirts gekauft. Die ich immer kaufe in Bali. Genau. Einmal mit einem Elefant drauf. Einmal so. Normale Tanktops. Genau.